Haselnusskern-Smoothie mit Kokosflocken, Zimt und eine halbe Limette. Am Anfang... Es ist ein Apfel, ist ein Golden Delivery, ihr könnt aber andere Äpfel nehmen, andere Sorten, hat jeder mal einen anderen Geschmack. Jetzt die Mitte. Das ist der Saft raus, ja. Das ist der Saft raus, reich mit. Das habe ich halt bei Rossmann gekauft. Jetzt kommt die Kokosnuss, dann der Zimt und das Wasser im Moment nicht im Hohl. Damit ihr wirklich sowas zu greifen habt. Jetzt beginnen wir zu mixen. Er ist auch gestanden. Das wäre toll falleinander, bis jetzt dann stellen wir uns das Hoh, daeing ist ein Daumen, dass gut told ist. Als Nettel der Der Merkens chwike Nehmen wir noch Wasser mit dazu. So haben wir einen Flüffreffekt. Schrauben die Schrauben die Schrauben aufbauen. mal ein Glas oben immer das Abstand so unterrichte ich dann noch nicht so ganz wach und haben wir erstmal schmecken wie es schmeckt wir gucken wie es schmeckt meint ich jetzt Prost ja gut muss man jetzt essen schmeckt ganz gut dass der Hasen ist und kann man empfehlen falls ihr Video gefallen hat am Hof was nicht da runter kommt das immer gewünscht bis zum nächsten Mal Tschüss schön dass es zugeklappt so 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 so